Oh mein Gott, die ich glaub nicht, was ich gerade entdeckt hab, ne? Der man nach einem Clan sucht. Ah, ich glaube der beste Spieler. Ihr habt den Clan von ihm wahrscheinlich verdientlich wieder weggekriegt. Aber ich weiß, wie der hieß. Paula. Wenn man da schaut. Ist er? Ne. Ähm, der beste Clan. Filter. So. Na, wo ist er? Äh, find ich ihn jetzt doch nicht mehr. Doch, hier da. Schaut es sogar an. Sternchen Aso, 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 Sternchen A haben dann wieder also also da waren also also der hat anscheinend so viele accounts und zuckt mit jedem von denen nahezu aktiv ich frage dass der anführer ist weil der anführer war das dann ganz schön schlecht die müssten eigentlich alle in diesem kleinen theater sein oder so ganz unten oder was vielleicht gar kein anführer doch hier also dachte ich mir das ist doch nicht mehr normal wie geht das junge sein name hier der braucht sogar zwei zeilen die bauen alle zwei zeilen junge schreibt einfach mal in die kommentare was ihr davon haltet ob das ist oder ob ihr denkt er würde seine lehre leben will ich komplett in klick und so verschwenden ich meine ja jetzt schreibt bitte nicht in die kommentare aber wir sind durch mit dreimal am tag und der muss aber mehr als drei mal am tag mit jedem account spielen und das ist schon ziemlich heftig würde ich sagen für klick auf glänz ich meine ist ja nur klick auf glänz 1 2 accounts reichen doch